Das Video, das die ganze Welt schockierte. Das Mädchen, das schwanger geboren wurde. Habt ihr auch schon gehört, dass Mutter zu sein schwierig ist? In diesem Fall stelle ich das nicht in Frage. Willkommen zu einem neuen Video. Das ist Dementes. Wir wissen, dass wir nicht alle gleich sind und in medizinischen Fällen, meine lieben Freunde, geschweige dem, was ich bereits in meinen vergangenen Videos kommentiert habe, ist die Medizin die Wissenschaft der Ungenauigkeit. Diejenigen, die das verstehen, wissen also, dass Fälle wie diesen, von dem ich euch gleich erzählen werde, ziemlich erstaunlich sind. Aber hält uns das jetzt davon ab, überrascht zu sein? Nun, nein. Obwohl sie vorkommen, handelt es sich um Fälle mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million. Von daher sind solche Fälle höchst unwahrscheinlich. Nun, um was geht es hier? Ein schwangeres Mädchen? Aber nein, noch schlimmer, ein neugeborenes? Was zur Hölle ist hier los? Diese Geschichte kommt nicht sehr glaubwürdig rüber. Möchtet ihr wissen, worum es geht? Na zum Glück ist euer Lieblingsarzt hier. Heute erzähle ich euch von diesem erstaunlichen Fall. Moment, Moment! Bevor ich loslege, denkt daran, dass ich am Ende des Videos einige eurer speziellen Kommentare erwähnen werde, die ihr in den letzten Videos hinterlassen habt. Nun, macht es euch bequem und legen wir los! Das Video, das die ganze Welt schockierte. Das Mädchen, das schwanger geboren wurde. Das beispiellose Ereignis geschah Anfang 2019 in der kolumbianischen Stadt Barranquilla. Hm, erstaunlich. Ein seltsamer Fall, der nicht aus Indien oder den Vereinigten Staaten stammt. Faszinierend! Nun ja, machen wir weiter. Ihr könnt euch das Staunen des gesamten medizinischen Personals vorstellen, als die Spezialisten während des Ultraschalls eine Anomalie beim Fötus entdeckten. Aber um was ging es? Nun, Monika Weger, Mutter des Mädchens, über das wir sprechen, war im siebten Monat schwanger, als der Arzt etwas Seltsames im Ultraschall entdeckte. Obwohl die Bilder zwei Nabelschnüre zeigten, waren alle erstaunt, weil es kein typischer Fall von Zwillingen war. Nein, diese interessante Anomalie wurde von den verschiedenen Ärzten überprüft, die die Situation im ersten Moment nicht verstanden. Nach einigen weiteren Überprüfungen stellten sie fest, dass dieser seltsame Fall auf die Tatsache zurückzuführen war, dass das Baby, welches sich noch in Monikas Mutterleib befand, schwanger war. Ja, sie hatte ihr eigenes Baby. Krass, worum geht es hier denn? Das gibt's doch nicht, oder? Ja, aber nein, ich erklär's gleich. Dieser besondere Fall wurde bereits zuvor dokumentiert. Doch diese Fälle sind höchst unwahrscheinlich und kommen weder täglich noch einmal im Jahr vor. Experten weisen darauf hin, dass die Besonderheit dieser Schwangerschaft darin besteht, dass sie als Fötus im Fötus bekannt ist. Und obwohl sie immer nach der Geburt des Babys entdeckt wird, konnte sie diesmal seltsamerweise früher entdeckt werden. Okay, verstanden. Es handelt sich um ein seltsamer Fall. Aber was versteht man unter Fötus im Fötus? Nun, dies ist ein ungewöhnlicher Fall eines Embryos in einem anderen oder wie von der medizinischen Gesellschaft auch bekannt als Parasiterer Zwilling und kommt vor, wenn sich die Zellen der Zwillingsbrüder oder Schwestern nicht zum richtigen Zeitpunkt teilen und sich in asymmetrischer Form entwickeln. Oh Mann, das bedeutet das? Ja, der Embryo, der in dem Körper des Mädchens erschien, war ihr Zwillingsbruder. Er konnte sich jedoch in der Gebärmutter nicht vollständig bilden. Ja, warum das so ist? Nun, jede lebende Struktur braucht Nährstoffe und Sauerstoff, um zu überleben. Manchmal kommt es vor, dass der grosse Zwilling, in diesem Fall Itzamara, Monikas Mädchen, die Nährstoffe und den Sauerstoff über die Nrabelschnur und der Plazenta ihrer Mutter bekam. Aber der Zwilling, Parasit, bekam die Nahrung von seiner Schwester. Da sie ja keine Plazenta hat, muss die kleine Schwester außerdem ihren eigenen Sauerstoff und ihre eigenen Nährstoffe abgeben, was für das Mädchen, kurz gesagt, kontraproduktiv ist. Moment mal, könnte das Baby in seiner Schwester gerettet werden? Was macht man in so einem Fall? Eigentlich ist die Antwort etwas hart, weil wir über ein kleines Baby sprechen. Aber es ist ein Zwilling, der arkadisch ist. Das heisst, er hat weder Gehirn noch Herz. Und um sein Blut zu pumpen, benutzt er das Herz seiner Schwester. Und es wird nicht einmal als vollständiger Organismus betrachtet. Obwohl es hässlich klingt, es handelt sich nur um eine Gewebemasse mit eigener Nabelschnur und Fruchtwasser. Und schädigt leider nur seine Schwester. Wenn das Mädchen nicht rechtzeitig diagnostiziert worden wäre, hätte sie jahrelang mit diesem parasitären Fötus in ihrem Bauch wachsen können. Es ist wie mit einem grossen Parasiten. Aber es ist eine Sache, einen Wurm zu haben und eine andere, eine Struktur zu haben, die dein Essen und deine Nahrung saugt und ihr keinen Nutzen bringt. Dieser Parasit würde sie schwächen und ihr wichtige Nährstoffe entnehmen. Er hätte auch einige ihrer Organe schädigen können. Erklärte genau der für den Fall zuständige Arzt, mein Kollege Dr. Para. Kurz gesagt, es war eine grosse Erleichterung, diesen Parasiten lange vor der Geburt des Babys zu entdecken. So konnten sie die Mutter notfallmässig vorbereiten und dieses Problem lösen. Als die kleine Itzamara geboren wurde, musste sie sich einige Stunden später einer Operation unterziehen. Nun, Dr. Para erklärte, dass sie beschlossen, Monika vor der 40. Schwangerschaftswoche einem Kaiserschnitt zu unterziehen. Da jeder Tag der Itzamara im Mutterleib verbrachte, ein weiterer Tag mit diesem Parasiten war, der sie schwächte. Nach einer 24-stündigen Analyse und Vorbereiten konnten sie das Parasitenbaby, das sich in dem kleinen Mädchen gebildet hatte, operativ entfernen. Zum Glück lief alles gut und das Mädchen begann sich in kurzer Zeit zu erholen. Was für ein Fall, meinst du nicht? Komm schon, ich möchte, dass du mir jetzt sagst, ob diese Geschichte für dich genauso unwahrscheinlich klingt wie für mich. Ich war sehr erstaunt, als ich von dieser Geschichte erfuhr und beschloss deswegen, sie euch zu erzählen. Damit ihr auch darüber wisst. Naja, wie wäre es, wenn wir zu den Kommentaren übergehen? Diese gehören zum Video Die extremsten touristischen Attraktionen. Das erste kommt von Xenia Luna. Sie schreibt, Ich liebe deinen Humor. Du bist unglaublich. Mach weiter so. Und du wirst Fortschritte machen. Hey, hallo Xenia. Vielen Dank für deine Unterstützung. Grüße. Das nächste ist von Laura Novoa. Sag hallo zu mir. Ich versuche schon seit zwei Monaten. Hallo Laura. Ich habe deine Kommentare gesehen. Es tut mir leid, dass ich so lange zum Antworten gebraucht habe. Eine große Umarmung für dich. Und ein großer Gruß. Danke für deine Unterstützung. Maria Rojas. Ich denke, die Leute haben viele Ideen. Naja, daran besteht kein Zweifel. Und einige davon klingen sogar schmerzhaft. Das nächste kommt von Aileen Choki. Hallo, ich liebe deine Videos. Sie bringen mich zum Lachen. Hallo Aileen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Dafür sind wir da. Grüße. Nun, das ist alles. Ihr könnt mir einen Kommentar, eine Frage oder eine Antwort auf eine der Fragen hinterlassen, die ich euch im Video stelle. Und ihr habt gute Chancen, bald aufgenommen zu werden. Und nun sagt mir, hat euch das Video genauso gut gefallen wie mir? Abonnier dich jetzt und aktiviere die Glocke, damit du informiert bleibst, sobald ich ein weiteres, großartiges Video hochlade. Du kannst mich auf meinen sozialen Netzwerken folgen und dieses Video teilen. Ich lade dich ein, dich anderen meiner Tops anzusehen. Ich lade jede Woche neue Videos hoch. Und das war's. Oh, geh noch nicht. Teile dieses Video, damit diese Familie die Welt dominiert. Dies ist Dementes und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.